Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und ich stehe hier bei uns in der Werkstatt und dieser schöne Ford Ranger hier, der hat eine ganz besondere Ausstattung, ist eine absolute Weltneuheit. Ich öffne mal hier den Tankdeckel und ihr seht, schaut mal hier, das ist der erste Plug-in Ranger mit CE-Anschluss. Wenn ihr Elektroautos gut findet und gerne einen Ranger als Elektroauto haben wollt, bei uns gibt's den nicht, wir bauen nur die Ladefläche um, da kommt morgen noch der Dieseltankstutzen rein, denn Dieselfahren macht einfach Spaß. Ciao, euer Jens.